Hallo und willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe des Miba Bahnreports. Wir möchten Sie in Zukunft in regelmäßigen Abständen über das aktuelle und historische Eisenbahngeschehen informieren. Heute sind wir zu Gast im BW Berlin-Schöneweide. Hier ist soeben hoher Besuch eingetroffen, die neue alte 01. Sie gehört dem Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen und erstrahlt nach mehr als zweijähriger Aufarbeitungszeit durch die Dampflokschmiede Meiningen in neuem Glanz. Zu unserem ersten Beitrag, der ICE in Berlin, von der ersten Schleppfahrt bis zum Planeinsatz. Bahnreisen in das eingemauerte West-Berlin waren beschwerlich, von langer Dauer und durch die Grenzkontrollen mehr als unangenehm. Im Dezember 1988 konnten die West-Berliner zum ersten Mal einen Blick auf den Bundesbahnkomfort der 90er Jahre werfen. Nach langen Verhandlungen durfte der Prototyp, der Intercity Experimental, im Transit nach Berlin geschleppt werden. Ziel war das Museum für Verkehr und Technik, das in den alten Anlagen des BW Anhalter Bahnhof zu Hause ist. Da die Gleise des Museums nur über eine kurze Spitzkehre erreichbar sind, musste das ICE-Gespann getrennt werden. Einzeln rangierte eine Reichsbahn-Diesellok, Wagen und Triebköpfe auf die Museumsgleise. Es war nicht nur eine Premiere für den ICE, sondern auch für die Bundesbahn, denn zum ersten Mal weilten DB-Triebfahrzeuge in West-Berlin. Ein Wochenende stand der ICE den Berlinern zur Besichtigung bereit. Knappe zwei Jahre später, im November 1990, kam der erste Serien-ICE nach Berlin. Anlass war ein internationales Hochgeschwindigkeitstreffen in der Stadt. Aufgestellt am Bahnhof Lichtenberg konnte das Paradepferd der Deutschen Bahnen besichtigt werden. Auch zu diesem Termin kam der ICE noch im Schlepp. Mit einer entsprechenden Zusatzkupplung zog eine Diesellok das Gespann zurück nach Hamburg. Das könnt ihr für Dienstposten machen. BW Hamburg 1. Im August 1991 war Lichtenberg Treffpunkt der Schnellen 5. Aufgestellt an den Bahnsteigen waren der französische TGW, der italienische ETR 500, der schwedische X2000 und der spanische Talgo Pendular. Natürlich durfte auch der deutsche ICE nicht fehlen. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits beschlossen, Berlin an das ICE-Netz anzubinden. Im November 1992 war es dann soweit. Der erste Mast für die Elektrifizierung konnte in Berlin-Wannsee gesetzt werden. Nur ein halbes Jahr später hieß es dann Strom an. Der Fahrplanwechsel 1993-94 brachte den Superzug nun endlich nach Berlin. Mit Pauken und Trompeten wurde der erste Zug im Bahnhof Michendorf empfangen. Michendorf war als zweimonatiges Provisorium gedacht, da ein Stellwerk in Berlin-Wannsee nicht rechtzeitig in Betrieb gehen konnte. Über einen extra hierfür eingerichteten Shuttle-Zug, Michendorf-Berlin-Zoo, konnte die Berliner City erreicht werden. Im Zug natürlich bekannte Persönlichkeiten, wie Bahnchef Dürr, der vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg Stolpe empfangen wurde. Nach den üblichen Reden wurde der erste Zug abgefertigt. Und am besten ist, wenn man sie erst fährt, dass der andere sagt. Für knapp zwei Monate war Lichtenberg ICE-Station. Im Zwei-Stunden-Takt war der ICE nach München und Frankfurt unterwegs. Vorerst wird der Superzug der Deutschen Bahnen nur mit 160 Kilometern in der Stunde unterwegs sein. Trotzdem haben sich die Fahrzeiten erheblich verringert. So ist man beispielsweise nach Frankfurt nur noch fünf Stunden unterwegs. Am 3. Juli 1943. 1990 war es dann endlich soweit. Der ICE fährt zum Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten. Über Drewitz wird die Stadtbahn angesteuert. Für Eisenbahnfreunde ein Graus, die Stadtbahn unter Draht. Beliebte Fotomotive sind für alle Zeit versaut. Vorläufiger Endpunkt für den ICE ist der Bahnhof Zoo. Ab Herbst 1994 wird die Stadtbahn zwischen Zoo und Hauptbahnhof für den Fernverkehr gesperrt. Nach der grundlegenden Sanierung der über 100 Jahre alten Viaduktbahn wird auch diese elektrifiziert.